...kostenträderisierung für die einzelnen Standorte. Heute wird uns mit den einzelnen Standorten der Zahlen offiziell zeitlich der Geschäftsleitung und der Rüströcke angegeben. Hier wieder am Standort Höchststand sind betroffen. Mit 265 Kolleginnen und Kollegen, die zusätzlich an Bord sind, alternativ 15 Millionen Euro einsparen am Standort. Wenn wir uns die Zahlen vergleichen, bei den Hälften, die wir haben, zum Glück, gibt eine Luft, 265 Kolleginnen und Kollegen, da braucht es ein Millionen Euro an. Wenn nicht die Kosten sein, komme ich ganz vor... Wissen, ich finde ja gar nicht. Sprech die vier, drei, die nicht. Ich habe schon ein paar Filme mit dir, aber ich suche dir das einfach nicht jugendfrei. Nicht jugendfrei, jetzt hör mal auf. Ich habe schon ein paar Filme mit dir. Ich habe schon ein paar Filme mit dir.